20 Jahre trennt diese Technik von, ich glaube ich muss den Scheinwerfer etwas dimmen oder ganz ausmachen, von dieser. Oh, ich verdecke das Mikro, glaube ich. Ja, ähm, da, das da. Ansonsten. Geht's noch? Ja, es geht. So geht das. Ja, 20 Jahre liegen dazwischen, muss man sich mal vorstellen. Nochmal zum Vergleich. Äh, Schalter finden. Ah, zack. Ja, vor 20 Jahren noch top aktuell, glaube so um die 3.500 Mark hat man dafür hingelegt. Ja, heute filmt man halt, achso, das muss ich ja komplett ausmachen, das ist zu hell, das ist nur für, so. So, und, schön stillhalten. Ja, in der Position sieht man's gerade noch. Ups. Und dran denken, das Mikro schön, ja, nicht verdecken. Das Mikro muss, ja, ja. Da. Immer schön drauf achten, das ist ein Sensibel. Das ist sensibel. So, und jetzt. Äh. Äh. Kennst du das Zeichen? Cut. Du. Und, du.